Hallo und Servus, ich bin der Frank vom Organisations- und PR-Team des CSD München. In diesem Jahr möchten wir mit euch gemeinsam das Thema, den Schwerpunkt und letztendlich das Motto 2021 für den CSD suchen und finden. Und so geht's. Schickt uns eure Anliegen, eure Ideen, eure Themen, was euch aufregt, was euch beschäftigt und wofür ihr 2021 kämpfen wollt. Ruft uns an unter 015174381075 und erklärt auf unserer Mailbox, was euer Anliegen ist. Oder tut dies per E-Mail unter 2021-at-csd-münchen.de. Oder schreibt uns, kontaktiert uns auf den Social Media Kanälen des CSDs, Instagram, Facebook und YouTube. Informationen findet ihr unten oder oben im Text. Am 12. Dezember wird dann ein Panel aus LGBTI-Leuten bei einem Online-Stream eure Vorschläge vorstellen, einordnen, erörtern und mit euch diskutieren. In der Folge entstehen dann aus einem Thema oder mehreren Themen verschiedene Motto-Vorschläge, die wir euch dann ab Mitte Januar zur Online-Wahl stellen. Ihr könnt alle mit abstimmen. Das bedeutet, dass alle letztendlich das Motto mitwählen können. Macht fleißig mit, denn je mehr Leute abstimmen, desto interessanter wird der ganze Prozess. In dem Sinn, bleibt gesund, passt aufeinander auf, tragt eine Maske, wascht euch die Hände und haltet Abstand. Herzliche Grüße, euer CSD München. Macht's gut.